Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing Video und ihr seht es schon, ich habe hier den Heiligen Gral auf Blu-Ray und es handelt sich hierbei natürlich um die Herr der Ringe Trilogie als Extended Edition. Das ist dann auch die ultimative Edition für Fans und ja das Ganze jetzt auf Blu-Ray. In der neuen Version bei der ersten Auflage gab es ja Probleme mit der Tonspur und das ist jetzt die zweite Auflage, wo diese Probleme also nicht mehr vorkommen und das Ganze in dieser wunderbar schönen Blu-Ray-Box und das macht schon eingepackt einen imposanten Eindruck mit dieser ganzen Goldverzierung der Schrift. Also das sieht alles sehr hochwertig aus. Und als erstes fällt auf, dass das FSK 16 Logo hier vorne aufgeklebt ist auf dem Plastik und lässt sich dementsprechend also auch wunderbar entfernen und verschandelt eben nicht diese schöne Box. Und als zweites fällt dann auf, dieser Sticker, der, na Moment, so sieht man es glaube ich besser, 15-Disc-Set. Erstmals auf Blu-Ray die vollständigen Extended Editions der drei Filme sowie über 26 Stunden Bonus-Material. Gucken wir uns die Box also mal etwas genauer an und öffnen das Ganze mal. Natürlich sehr vorsichtig würde man das machen. Dann hat man hier hinten übrigens die Aufmachung auch sehr schön zerstickert, den man entweder dran lassen kann, er ist hier also festgeklebt oder man kann es später eben auch abmachen. So, gucken wir uns das also mal an. Ich entferne jetzt mal vorsichtig diesen, ja diesen Sticker kann man sagen. Oh ja, das ist wirklich sehr edel gemacht mit so einem Magnetverschluss. Dann klappt man das auf und hier wird schon... Mittelerde als edle Karte sichtbar. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut und hier sind dann die einzelnen Blu-Rays drin. Dann ist hier so... Ah ja, hier ist etwas Werbung für das Spiel, Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Und ein paar andere Spiele. Und dann haben wir hier die einzelnen Blu-Rays. So. Also eine sehr hochwertige Box mit diesem schönen Magnetverschluss. Also das ist wirklich schon mal sehr klasse gemacht. Los geht's mit Herr der Ringe, die Gefährten. Und es fällt schon auf, dass diese Blu-Ray ungewöhnlich schwer und auch relativ dick ist. Gucken wir uns das mal an. Teil 1 steht hier drauf auf der ersten Disc. Teil 2. Ist ja interessant, da frage ich mich, kann das sein? Ist der Film vielleicht irgendwie gesplittet in zwei Diss? Das wäre ja irgendwie auch merkwürdig. Und dann haben wir hier schon Specials. Teil 1 vom Buch zur Vision. Teil 2 von der Vision zur Realität. Und hinter den Kulissen von die Gefährten. Also das ist sehr umfangreich. Was haben wir hier noch? Ja, die Karte für die Digitalkopie. Und was ist das hier noch? Eine Art Booklet. Ah, okay. Hier noch ein sehr edles Booklet mit so hochwertigem Kartonpapier. Also es fühlt sich sehr wertig an. Und hier sind noch so diverse Informationen dabei. Das macht wirklich einen guten Eindruck. Weiter geht es mit Herr der Ringe, die zwei Türme als Extended Editions. Und guckt man hier mal rein. Ja, hier ist es im Prinzip genauso. Teil 1. Und Teil 2. Und dann, hier ist sogar noch Teil 3. Die Reise geht weiter. Und dann geht es los mit dem Bonusmaterial. Teil 4. Die Schlacht um Mittelerde beginnt hinter den Kulissen von die zwei Türme. So. Und auch hier wieder eines von diesen schönen Booklets mit zusätzlichen Infos. Als letztes natürlich der abschließende Teil, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, als Extended Edition. Und ich denke mal, hier wird das ungefähr beibehalten sein. Teil 1. Disk Nummer 1. Disk 2. Dann der Krieg um den Ring haben wir hier. Hier haben wir Teil 6. Ein Zeitalter neckt sich dem Ende. Und hier noch hinter den Kulissen von die Rückkehr des Königs. Und auch hier ein kleines Booklet. Soweit also das Unboxing zur Herr der Ringe Trilogie als Extended Edition auf Blu-Ray. Bis zum nächsten Mal.